How diddly doodly dingle hole, willkommen zurück zu einer neuen dingeligen Folge Barnfinders, freut mich, dass du da draußen wieder rein holst und natürlich auch ein Dankeschön an all die Dingler, die das letzte doodle-icke Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Ihr wollt da draußen mich ein wenig unterstützen, geht super mega fix, einfach eine Bewertung quer drücken, ganz easy, ganz entspannt und schon habt ihr mich supported. Okay, ich versuche hier ein bisschen Geld aus Ruby Goldberg herauszuschlagen und schwupps, ja komm, nimm das Ding, denn ihr wisst ja, wir sind sehr vermögen und wir brauchen Platz, wir brauchen in erster Linie Platz, wir werden jetzt ein bisschen was hier reparieren müssen, damit wir hier auch mal ein bisschen vorankommen, denn wir sind voll. Wir sind randvoll mit Kram und so ein extrem cooler Cola-Automat, den will ich natürlich verkaufen, ne, da will ich natürlich ein bisschen Geld mitmachen und deswegen schieben wir das Ding mal hier drüben rein. Warum habe ich jetzt auf einmal hier nur noch einen? Und warum ist eben gerade mein Onkel einfach so verschwunden? Duke, du willst Geld ausgeben, Duke, du willst Geld ausgeben? Ja, kann sich sehen lassen, er will Mr. Fox. Alter, der ist aber echt ein kritischer Kollege, ne? Nimm ihn, mein Freund, nimm ihn. Alles muss raus, alles muss weg. Wir haben heute großen, super Sonderverkauf. So, reparieren wir mal den hier, wow. Wow, wie viele Dinge musst du denn hier reparieren? Der alte Cola-Automat ist aber ganz schön mitgenommen. Da dingel ich mal drauf, ne? Hier drüben ist noch ein Fleck. Hier ist noch ein bisschen was. So, nageln. Schön drauf nageln. Leute, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin wirklich sehr überrascht, wie umfangreich und wie lange dieses Spiel hier geht. Hier ist noch was. Oh, meine Kundschaft, Moment. Jetzt sind die doch gleich wieder weg. Und sie haben sich raus teleportiert. Moment, ich bin gleich da, ich muss auch Sachen reparieren, sonst kommen wir hier ja gar nicht voran. So. Also ja, ich bin wirklich positiv überrascht, wie umfangreich dieses Spiel hier ist. Okay, 65 oben drauf, wer ist happy? Ja, hau weg, das alte Boot. Wuhu! Nimm es mit, Super Mario. Nimm es mit. Und du? Du willst also dieses Ding hier, ich will es unbedingt loswerden. Ich will es unbedingt loswerden. Da stehen ja zwei nebeneinander. Nochmal glücklich und... Ey, ich hab alles rausgeholt. Ich hab alles rausgeholt aus dem Haustierkäfig. Nimm das Ding mit und verzieh dich aus meinem Laden. Ja, also wie gesagt, ich find, das Ganze hier ist ein geniales Spiel. Man bekommt eine Menge geboten für sein Geld, weil einige Leute mich jetzt schon gefragt haben, findest du das Spiel denn wirklich so gut? Ja! Ja, ich finde es wirklich so gut. Und das liegt nicht daran, dass ich im Spiel enthalten bin als Frau, sondern ich find's einfach gut. Es ist ein cooles Spiel. Es ist mal was Neues, was anderes. Und es werden auch andere coole Spiele von den Jungs und Mädels hier kommen. Die kommen auch aus Polen. Irgendwie in letzter Zeit alle tollen Spiele, die Spiele stammen irgendwie aus Polen. Die haben es einfach drauf. Dying Light, Polen. The Witcher, Polen. Cyberpunk, logischerweise auch Polen. Die haben es einfach drauf, die Entwickler aus Polen. So, hier nochmal drauf. Und wir düsen los, denn... Hier will uns jemand berauben. Echt jetzt? Du wolltest diesen legendären Anzug mitnehmen. Duke! Ich gebe ihn dir trotzdem. Ja, ich gebe ihn dir trotzdem. Hm. Agent, Agent. Ich hab besondere Gegenstände, aber nicht für dich. Okay? Nicht für dich. Für jeden, aber nicht für dich. So, was wollte ich denn noch? Ich wollte noch ein bisschen was reparieren. Agent, Agent nervt. Er nervt. Weil er meinen Laden blockiert. Finde ich nicht gut. Alter. Yes. Der Kaffeeautomat. Wird auch einen ganz robusten Wert. Das Riesenteil hier. Gut. Kloppen wir drauf. Einmal. Okay, neue Kundschaft. Ich bin gleich da, okay? Ich muss hier nur noch Dinge reparieren. Und dann gehen wir gleich wieder auf die große Jagd. Nach neuen Gegenständen. Neuen wertvollen Gegenständen. So, und der kann wieder weg. Oh, komm schon. Beeilung, Beeilung, Beeilung. Duke! Bleib bitte hier. Bleib bitte hier. Du bist ein guter Kunde. Ich mag den Mann. Ah, der ist eh nichts wert. Sechs Dollar habe ich da noch rausgeholt. Naja, eigentlich neun. Streng genommen neun. Ich will mal ganz kurz hier reingucken. Das war ein bisschen zu schnell. Okay, wir haben nichts Neues hier. Es fehlt eigentlich gar nicht mehr so viel. Wir sind auf einem guten Weg, das Ding hier wirklich zu beenden. Wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg. Okay, noch ein Fernseher, den wir ganz schnell noch reparieren müssen. Und dann würde ich mal sagen, jagen wir noch eine Kundengruppe durch. Und ziehen dann los. Ich meine, wir haben gut Geld. Wir haben nichts mehr zu verlieren, Freunde. Wirklich gar nichts mehr. Raus in die Welt und Schätze suchen. Ich werde das Spiel vermissen. Ich werde das Spiel wirklich sehr vermissen. Nimm. Nimm. Alter, wie viele von diesen Gasflaschen habe ich denn? H2O Booster. 220, 220 und, ja, 220 logischerweise. Kriegen wir noch eine Fuhre hier durch. Ich habe noch sieben Sachen, die wir reparieren müssten. Okay, du willst so ein Ding kaufen? Dann nimm dir bitte eins. Bitte, bitte, bitte. Okay, ich hole da wirklich nichts raus. Aber ich will es halt loswerden. Das will sie auch, so eine Flasche. Perfektomento. Na, ist sie ein bisschen glücklich? Okay, ich habe ein bisschen was rausgekitzelt. Und weg mit dem Plunder. Und wir können endlich hier neue Dinge hinstellen. Nun, eine Sache noch reparieren. Erstmal Durchfall. Erstmal. Oh Gott. Durchfall. Und zwar ganz, ganz böse. Ganz, ganz böser Stuhl habe ich hier. Oh, die Schreibmaschine finde ich auch sehr edel. Früher habe ich mal auf einer Schreibmaschine getippt. Auf einer echten Mercedes. Moment, wie kann ich dich kippen? Äh, wo ist das denn? Ach, hier. Easy. Okay. Staubsauger? Gerne doch. Och, komm. Echt jetzt. Oh, ich kann nur verlieren, oder? Wenn die alte einmal wütend ist, kann ich nur verlieren. Nitro Herkules. Okay, ein bisschen was rausgeholt. Nimm es. Gönn es dir. Ich will mein Lager ein bisschen leer räumen. Also. Seid ihr bereit? Für eine neue Location. Und zwar müssen wir als nächstes die Scheune hier. Da waren wir schon. Da waren wir noch nicht. Die Scheune von River Rock. Keine Ahnung warum, aber ich bin aus irgendeinem Grund zur falschen Location gefahren. Aber jetzt sind wir hier bei der richtigen. Und es gab nicht mal ein Intro. Schade irgendwie. Eigentlich immer, wenn man zu einer neuen Location kommt, kriegt man eigentlich erstmal ein sehr, sehr cooles Intro geboten. Aber nicht hier. Wieso auch immer. Und wir müssen diese Immobilie hier für 10.000 Dollar kaufen. Gott sei Dank habe ich so viel Geld. Aber bald bin ich mein ganzes Geld wieder los. Wer hat denn so viel Geld? Also. Die Konkurrenz hier ist eigentlich ziemlich wack. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass sie sich so eine teure Immobilie auch nur ansatzweise gönnen können. Aber naja, wir werden es rausfinden. So, erstmal hier alles noch mitnehmen, was wir vorne dran finden können. Normalerweise dürfte man nichts finden dürfen, was irgendwie einen großen Wert hat. Also man kann immer so ein bisschen Müll mitnehmen, ne? Onkelchen, so ein bisschen Müll geht immer klar. Nun. Das hier nehme ich auch noch mit. Den Müll da drüben. Die Dinger hauen wir mal weg. So, ein bisschen was von dem Schrott hier noch mitnehmen. Obwohl wir das gar nicht mehr unbedingt brauchen. Und wir haben so viel und so viele Dinge müssen wir auch gar nicht mehr reparieren. Also jetzt bin ich da nicht mehr so gierig. Davor habe ich wirklich alles mitgenommen. Aber jetzt mittlerweile gebe ich einen Pups. Einen dicken, fetten Pups. Auf die ganzen Teile, die man hier so finden kann. Gut. Holen wir uns das Ding. Warum steht der Dieb im Hintergrund? Alter, hier sind ja richtig viele Menschen. Okay, das Ding liegt jetzt schon bei sechs. Das liegt jetzt schon eiskalt bei sechs. Bei sieben, fünf. Ich weiß gar nicht. Ja gut, machen wir acht. Yo, willst du mich verarschen? Ja, wollt ihr mich verarschen? Jetzt mal ganz im Ernst. Die alte Scheune hier. Die alte Sägemühle. Ich gehe klein weiter. Und wenn ich es unter zehn bekomme, wäre ich... Natürlich bekomme ich es nicht unter zehn. Komm schon, bitte unter zwölf. Unter zwölf. Dann habe ich noch 5000 übrig. Gib es mir bitte unter zwölf. Ich bin fertig. Sehr gut. Er wollte eigentlich nur was zu rauchen. Er wollte nur was zu rauchen. Kann man machen. Kann man machen. Ohne Scheiß. Ist ein guter, fairer Preis. Kann man machen. So, schauen wir mal, was drin ist. Klar, wir hacken alles weg, was wir weghacken können. Und sammeln den kleinen Loot hier auf. So. Bisschen was nehme ich mit. Billy Beer. Billy Beer ist immer super wichtig. Man braucht Billy Beer, wenn man durchs Leben kommen will. Ich habe keinen Schlüssel. Ne, habe ich echt nicht. Die legendäre Sägemühle. Und hier gibt es legendären Loot. Oh. Es wird super spannend. Jetzt kann es ja eigentlich nur noch in die Richtung gehen. Und? Was haben wir hier schönes? Stühle, die wir nicht mitnehmen können. Obwohl sie eigentlich noch ganz gut sind. Alter, komm schon. Echt? Ich habe einen Schlüssel gefunden. Aber nicht mal ein kleines bisschen was zum Mitnehmen? Die Kasse geht. Na also, die Kasse geht. Wertvoller Müll. Zigaretten. Hier noch irgendwas an der Wand. Irgendwelche Zeitungsartikel. Also eigentlich hier so einen Schreibtisch könnte man mitnehmen. Jetzt mal ganz im Ernst. Was meint ihr dazu? Könnte man so einen Schreibtisch mitnehmen? Könnte man ihn verkaufen? Ich würde sagen, ja. Ich bin davon überzeugt, dass sowas ginge. Okay, das Sägewerk scheint hier auch recht groß zu sein. Warte mal. Ganz easy, Frandos. Ganz easy. Jetzt mal alles hier Stück für Stück erst mal genau kontrollieren. Der Kachen hier. Kann man auch nicht mitnehmen. Ein bisschen was geil wäre, wenn man so eine alte Corvette Stingray oder sowas finden könnte. Oder ein Lamborghini. Irgendwie ein altes Auto. Alter Sportwagen. Über sowas würde ich mich mal richtig freuen. Aber wahrscheinlich hätten sie dann wieder Probleme mit den Lizenzen. Denn so ein Auto hat natürlich auch eine Lizenz. Ja, die darfst du nicht einfach verwenden. Du kannst nicht einfach hier eine Stingray reinhauen, weil du Bock hast. Schachbrettmuster gefunden. Ein unheimlicher Bali-Bali. Okay, erstmal hier das Gelände außen. Kümmern wir uns drum. Mittlerweile eigentlich spiele ich hier Minecraft. Ich hacke mich nämlich nur noch durch die Gegend. So, jetzt bin ich wieder hier drin. Startgebiet. Nix. Nix. Kessel, Farbe, Forno-Heftchen. All die guten Dinge, die ein Mann braucht, um durch die Welt zu kommen. Aber sonst irgendwie, joa, nichts. Äh, hier war doch irgendwo eine Leiter. Was haben wir hier drüben? Können wir auch noch wegschlagen. Oh, hier können wir auch hin. Alter, was ist das denn bitte schön für ein riesiges Gelände wieder? Moment, Moment, Moment. Hier ist auch nichts drunter. So, hier ist die Leiter. Hier bin ich jetzt aber schon oben. Und hier finden wir einen alten Fernseher. Einen alten, gammeligen Fernseher. Und ich habe Toilettenpapier gehört. Und wo? Ganz da oben. Leckomio. Äh, Freunde, wie soll ich denn da hinkommen? Ah, warte, warte, warte. Da komme ich doch niemals rauf. Ich furze mich wieder ein. Ne, das schaffe ich nicht. Alter. Vielleicht irgendwie hier? Hier oben ist ja auch nochmal ein Fenster. Kann man vielleicht hier irgendwie tricksen? Hm. Naja, Toilettenpapier ist jetzt erstmal nicht so wichtig. Vielleicht finde ich ja noch später einen Weg, wie ich da hochkomme. Jetzt gehen wir jetzt mal tiefer rein. Tiefer rein ins Unglück. Wow. Okay, damit habe ich absolut null gerechnet, dass ich plötzlich in einem Alien-Sex-Dungeon-Keller bin. Alter, Steve Gray. Bring diese Flasche zu unserem Anführer Bobby. Okay, er hat irgendwas dem Lunavit hinzugefügt. Gut, ich nehme mal hier das Bild noch mit. Warum ist die Musik auf einmal so fucking unheimlich? Alles klar, Mr. Steve Gray. Ich gehe durch den Teleporter. Heilige Scheiße, wo bin ich hier? Willkommen, Barnfinder. Unser Anführer wartet dich. What? What? Ey, das Spiel ist so heftig durch. Alter. Also, damals, als ich mit den Entwicklern im Kontakt war und die gesagt haben, Kies, du merkwürdiger Mensch, willst du in unser merkwürdiges Spiel rein? Hätte ich nie, nie damit gerechnet, dass wir am Ende so ein Spiel bekommen. Lecko Mio. Schaut euch das mal an. Ich hätte nie damit gerechnet, dass das am Ende so ein Spiel wird. Jungs, ich zerlege eure ganze Basis, ne? Ja, so ein Barnfinder, der klaut eigentlich alles, was nicht nid- und nagelfest ist. Ich habe eine Menge erwartet. Eine Menge, aber nicht das. Wir haben America seit Jahrhunderten studiert. Okay. Habt ihr auch mich studiert? Unser Anführer Bobby scheint dich zu mögen. Bobby soll aber schön seine außerirdischen Finger von meinem Rektum fernhalten, ja? Rektal-Untersuchungen sind nicht so mein Ding. Seine Analsonde kann er schön bei sich behalten. Da bin ich raus, Junge. Bei Analsonden bin ich raus. Okay, Bücher. Jede Menge Bücher, jede Menge Wissen haben die Aliens hier gebunkert. Babams, babams. Ka-ching, ka-ching, ka-ching. Eine Schubkarre. Was haben die alles hier für ein Mist rumstehen? Aber hinter diesen ganzen Sachen kann halt auch immer irgendwas Gutes stecken, ne? Exit. Ich bin beeindruckt. Aliens. Ich bin minimal beeindruckt. Müll. Alien-Müll. Das ist ganz besonderer Müll. Ich habe diesen Tanz mal gesehen. Die Erde ist ein lustiger Ort. Nun, äh, ja. Okay, ist gut, Kleiner. Ist gut. Bitte weniger Koffein für den Kollegen hier drüben. Wir scheinen, vertragen die Außerirdischen kein Koffein. Wow. What? Was zur Hölle treiben die hier? Diese merkwürdigen, merkwürdigen Freaks. So, das nehmen wir mit. Müll. 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 Warum? Warum haben die sowas hier? Hier teleportieren wir Gegenstände nach America. America. Fuck yeah. Okay, die wollen eigentlich nur Party machen. Und sie möchten nicht als Jungfrauen sterben. Kann ich verstehen, Bruder. Kann ich verstehen. Okay, wo genau muss ich denn hin? Ich habe euren Juice. Wie jetzt? Was? Ich muss irgendeine Blockade entfernen, um die Tür zu öffnen. Warte mal hier drüben. Disco. Gehen wir mal hier längs. Ist das mal wieder abgespaced? Bitte bring mir Lunavid hierher. Alter, Bobby Gray in seiner VIP-Lobby, ne? Bobby fucking Gray. Alter, was läuft hier? What the f***? Und jetzt scheißt sich mein Onkel ein, oder was? 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 Das ist so durch. Holoschlampen. Holonippel. Es gibt sogar Holonippel. Lieber nicht zu lang auf die Holonippel draufstarren. Okay, wo bin ich jetzt? Moment. Hier war ich doch schon. Gehen die Türen jetzt hier auf? Kann ich jetzt auch hier rein und feiern? Holy shit. Alter, was ist das für eine abgedrehte Scheiße? Scheiße, die hier läuft. Ey, sag mal Jungs, kann ich hier vielleicht irgendwie rein? Okay, das ist echt irgendwie auch verstörend und unheimlich. Okay, sind die Tiere stellenweise, leben die Tiere? Stellenweise sind es irgendwie keine lebenden Tiere. Ist das der Dieb? Ist das der Dieb? Was haben wir hier Schönes? Endlich mal wieder Loot zum Mitnehmen. Es gibt irgendwie massenweise Nüsse. Aliens stehen irgendwie auf salzige Nüsse. Alter. Alter, kriege ich ein Ufo? Kann ich bitte ein Ufo haben? Es wäre so geil, Mann. Es wäre so geil. Was sagst du dazu? Mist. Sie haben aus Versehen meinen Cousin eingesperrt. Was? Alter, Leute. Leute. Holy shit. Gut, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Lasst eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal. Es wird abgedreht. Es wird richtig abgedreht. Und... Tschüss.